Wir gehen jetzt direkt einmal in das Endergebnis rein, da wo wir hinwollen. Und dass ich das kann, ist klar. Ich will nur sagen, wenn ihr das genauso trainiert, wie ich das früher trainiert habe und permanent trainiere, dann macht ihr das genauso sicher und schnell in der Prüfung. Und da geht es nochmal um die Performance, dass der Prüfer am Ende des Tages euch den Segen gibt und sagt, ja, mit diesen Menschen würde ich auch gerne zusammen aktiv auf die Jagd gehen, weil ich habe nach bestem Wissen und Gewissen abgeprüft und bestätigen können, dass alles ordnungsgemäß und richtig durchgeführt wurde. Und jetzt zeige ich euch einmal das Endergebnis und stelle mir dazu im Prüfungsabschnitt 1 einmal die Worst-Case-Situation her. Das braucht ihr jetzt gar nicht sehen. Ich bitte dann gleich einmal den Carsten, wenn ich soweit bin, einmal auf den Gewehrständer umzuschalten. Und dann nehme ich euch mal mit der Kamera mit, was ich da eigentlich mache. Und das ist jetzt, liebe Jagdfreunde, ein Originalprüfungsablauf, so wie er in ganz Deutschland stattfindet. Nochmal, auch wenn es verschiedene Prüfungsordnungen in Deutschland gibt, verschiedene Spiele, Waffenhandhabung ist Waffenhandhabung, ist richtig oder falsch, lebendig oder tot hinten raus in der jagdlichen Praxis. Willkunde ist Willkunde. Die brumpften nicht auf einmal in Bayern anders als in Schleswig-Holstein. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Nochmal an alle Ausbilder, die das jetzt hier vielleicht sehen. Das ist unser Vorschlag, wie wir das machen. Am Ende des Tages sollte jeder Ausbilder bei euch in der Ausbildung wissen, wie das in der Prüfung abverlangt wird. Aber beim Sicherheitsherstellen gibt es eigentlich normalerweise an der Stelle erstmal gar keine Diskussion. So, ich bereite das jetzt einmal vor. Und dann nehme ich euch gleich einmal mit, direkt in die Prüfungssimulation hinein. So, wie ihr es dann schlussendlich nach dem Warm-Up auch machen werdet. Oh, ungünstige Kameraeinstellung. Ich habe ein bisschen abgenommen, aber... So, liebe Jagdfreunde. Also, jetzt muss ich das mal ein bisschen hier gucken. Mein lieber Carsten, sieht man das alles gut? Jawohl, super. Füße einen Daumen hoch. So, liebe Jagdfreunde. Erinnert euch dran, wir wenden das Wort Sößel an. Das erste S steht für sichern. Wir sichern das Ganze jetzt hier auf dem Mittelsteller. Erst danach darf ich die Waffe aus den Gewährständern nehmen. Okay, ganz, ganz wichtig. Und jetzt drapiere ich das mal wieder um. Und dann gehen wir wieder in die volle Szene rein. Jawohl. Also nochmal. Sicherheit herstellen. Prüfungsabschicht 1. Wir wenden das Wort Sößel an. Ich habe jetzt gerade die Waffe noch im Gewährstände gesichert. Wenn die Waffe bei euch auf dem Tisch liegen sollte, genauso verfahren. Ich nehme dann die Waffe auf und halte sie 45 Grad in den Sicherheitsbereich. Des Weiteren kommt nun das Wort Ö. Und jetzt stoppt einmal die Zeit. Ich habe gesichert, ich habe die Waffe aufgenommen. Und jetzt sage ich nichts mehr. Warum wir das dann schlussendlich in der Prüfung nicht machen sollten, werde ich anschließend sagen. Nur ich will mal sagen, wo ihr dann schlussendlich hinkommt, wenn ihr das Ganze trainiert. Also, jetzt mal kurz auf die Uhr gucken. Das ist keine Angabe, sondern das schafft ihr genauso. Und es geht hier nicht um schnell, sondern um sicher. Okay? Aber wenn ihr sicher seid, seid ihr automatisch schnell. Okay? Und das ist das, was der Prüfer am Ende des Tages sehen will. Sicher. Und wenn ihr schnell seid, hat er auch nichts dagegen. Also, sicher. Keine Angst, wir zeigen das gleich nochmal die einzelnen Handgriffe genauer. Lauf ist frei, Züge und Felder sind erkennbar. Die Waffe ist nunmehr entladen, gesichert, gespannt und nicht mehr eingestochen. Somit ist Sicherheit hergestellt. Prüfungsabschnitt 2. Jagdfertig machen. Kaliberkontrolle auf der Waffe. Kaliberkontrolle auf dem Patron. Vor jedem Ladevorgang was wieder? Richtig. Eine Laufkontrolle. Lauf ist frei, Züge und Felder sind erkennbar. Ladevorgang. Zack, zack, zack. Schließen. Und sofort die Flügelsicherung nach rechts sichern. Prüfungsabschnitt 3. Mögliche Jagdsituation. Wir sitzen jetzt schon auf dem Hohssitz. Was wir davor und danach machen müssen, wenn wir abbaugen oder übersteigen oder durch den Graben gehen, sollte eigentlich jedem bis hierhin klar sein. Natürlich wird die Waffe hierbei entladen. Und zwar nur das Patronenlager. Die Patronen können im Zickzackmagazin bleiben und der Verschluss ist in dem Fall offen. Allerdings, dann auch wieder vor dem Ladevorgang. Richtig. Eine Laufkontrolle. Und ich möchte an der Stelle gar keine Diskussion aufmachen, ob das jagdlich praktikabel ist. Ich mache das genauso. Und warum das ist, hinten raus im Fazit. Jagdsituation. Der Rehbock ist aus dem Bestand getreten. Ich mache mein Sprüchlein. Nicht nur einfach runterrattern, sondern die Situation auch wirklich beurteilen. Also den Rehbock habe ich erstmal angesprochen. Wir schießen ja nicht auf Fragezeichen. Dann habe ich einen natürlichen Kugelfall. Und das vordere und hintere Schussfeld ist frei. Und jetzt nicht dabei umdrehen. Hintere Schussfeld. Wir haben hier keine Panzerfaust. Okay, da gibt es keinen Abgasstrahl. Nicht lachen. Dann gehe ich in den Anschlag. Entsichere die Waffe und steche unter Sicht ein. Das heißt, ich gucke hier hin. Keine Angst, wir zeigen das gleich nochmal näher. Die einzelnen Handgriffe. Und jetzt springt der Rehbock ab. Sofort im Kugelfall auch sichern. Und entstechen. Zeitsprung. Wir stehen wieder am Wagen. Machen Sie Waffe nun bitte einmal Waffenschlang fertig. In dem Fall logischerweise ohne Pufferpatrone. Ich bräuchte mal ein bisschen Puder, Carsten. Ein Scherz. Waffe. Zack. Entladen. Natürlich auch hier wieder eine Laufkontrolle. Lauf ist frei. Züge und Felder sind erkennbar. Die weiteren Patronen werden rausrepetiert. Und anschließend wird die Waffe entspannt. Abschließender Zustandsbericht an den Prüfer. Herr Prüfer. Alles ente. Entladen. Entsichert. Entspannt. Und entstochen. Wobei nicht eingestochen richtiger wäre. Aber dann hätten wir nicht eine schöne Isisbrücke rüber zu den Stockenden. Dazu kommen wir dann mit Sicherheit die Tage. So. Das hat natürlich jetzt etwas länger gedauert. Um euch mal einen Einblick in einen möglichen Prüfungsablauf zu zeigen. Und ich glaube, es glaubt mir jeder, wenn ich da nicht großartig kommentiere, dass ich das Ganze locker in anderthalb Minuten durchkasten kann. Warum solltet ihr definitiv am Ende des Tages das kommentieren, was ihr sagt. Einmal für euch. Das zweite Mal für den Prüfer. So unterstützt ihr. Und der abschließende Zustandsbericht nach jedem Prüfungsabschnitt ist nochmal eine doppelte Absicherung für euch. Denn an der Stelle könntet ihr noch einen Fehler vermeiden oder ausgleichen, den ihr vielleicht vorher gemacht habt. Vielleicht habt ihr die Stecherkontrolle vergessen. Okay. So. Jetzt würde ich vorschlagen. Wir nehmen jetzt alle, respektive ich, mal einen Schluck aus meiner Tasse. An euch wieder die Bitte. Aufkommende Fragen bis hierhin einmal in den Chat schreiben. Gegebenenfalls werden die sofort von Carsten beantwortet. Respektive am Schluss gesammelt durchgegangen. Sehr zum Wohl. Jetzt gehen wir mal ins Detail der einzelnen Handgriffe. Dazu wechseln wir noch einmal die Kameraperspektive. Ich mache das einmal gerade selbst. Zack. Da sind wir. Also nochmal. Die Waffe stand jetzt von euch aus gesehen so in den Gewährständer. Auch so dann trainieren, wie das in der Prüfung stattfindet. Zack. Flügelsicherung ist links. Kann man sich merken. Links ist linkisch. Ist entsichert. Rechts ist rechtsschaffend. Ist gut. Hat nichts mit meiner politischen Gesinnung zu tun nebenbei. So. So. Diese Flügelsicherung werden wir noch in dem Gewährständer sichern. Und zwar auf Mittelstellung. Oh Timo, du hast doch gesagt, die Mittelstellung ist jagdlich nicht relevant. Ja, was meine ich damit. Jagdlich während der Jagdpraxis. Okay. Dazu kommt gleich mehr. Aber bei der Sicherheit herstellt, können wir das nämlich gut verwenden. Warum? Weil hier kann jetzt nichts mehr passieren. Das Ding ist gesichert. Und trotzdem kann ich im zweiten Schritt, erinnert euch an das Wort Sößle, jetzt öffnen. Dazu geht die Hand, ganz wichtig, vor dem Ausruffenster, um eine mögliche Patrone beim Öffnen hier aufzufangen. Mal angenommen, euch fällt die Patrone aus Versehen auf den Boden. Lasst sie liegen. Lasst sie liegen. Des Weiteren, die Entnahme des Zylinderverschlusses. Jetzt drehe ich mich einmal und mache mal einen auf den Linkshänder. Ihr müsst hier mit dem Daumen den Verschlusshebel betätigen. Dabei bitte aufpassen, dass die Hand dabei nicht hier in die Abzüge kommt. Ja, das sieht unschön aus. Hier betätigen und den Zylinderverschluss entnehmen. Den Zylinderverschluss legen wir nicht aus der Hand. Den lassen wir einfach locker und entspannt runterhängen. Warum? Damit wir hier das Schaftholz nicht zerkratzen. Ja, irgendwann, oder vielleicht ist ja einer bei euch hier im Chat dabei. Der sich ein 11er Schaftholz leisten kann. Das macht man einmal und dann hat man keinen Spaß mehr an dem Holz. So, entnehmen, Laufkontrolle, logischerweise, und wieder rein, das Ganze. So, wir haben die Stecherkontrolle. Wenn das ganze Ding eingestochen ist, wenn man die Waffe kennt, an der man ausgebildet ist, kann man das sehen, aber man sollte nicht davon ausgehen, sondern man muss es definitiv überprüfen. Wenn die Waffe eingestochen ist, ziehe ich zuerst mit dem Mittelfinger den hinteren Abzug, halte diesen, ziehe den vorderen Abzug, halte diesen und lasse beide gleichzeitig nach vorne gleiten. Das sieht ein bisschen verkrampft aus. Andere machen das auch so. Völlig wurscht, Hauptsache, ihr kommt zum Ziel, die Waffe zu entstechen. Okay. Dann noch ganz, ganz wichtig, die Flügelsicherung nicht einfach hier, so mit dem Daumen umschlagen. Das hört man in der jagdlichen Praxis 200 Meter weit. Dann kommt keine Sau mehr an die Kehrung. Zwischen Daumen und Zeigefinger, Material schon und vor allen Dingen leise, am Schlösschen betätigen. Rechts ist gesichert, der Zylinderverschluss lässt sich nicht öffnen, es kann aber auch kein Schuss fallen, logischerweise. Mittelstellung ist immer noch gesichert, man kann aber den Zylinderverschluss öffnen und ganz rechts ist Feuer frei. Und jetzt achtet mal bei Schussabgabe auf die Schlagbolzenmutter. Bumm. Okay. Nochmal. Live. Das ist alles, was ich, weil ich hier gerade auf dem Bildschirm gucke, spiegelverkehrt. Man muss natürlich entsichern, um schlussendlich den Schuss auslösen zu können. So, hier liegt der Abzug bei ungefähr 1,2 Kilogramm. Ich spanne nochmal neu, betätige jetzt Untersicht den hinteren Abzug, steche Untersicht ein. Und jetzt brauche ich das Ganze nur noch ganz kurz betätigen und der Schuss fällt. Dieser Stecher, liebe Jachtfreunde, wird bitte nur während des Ansitzes verwendet und niemals auf flüchtiges Wild. Das heißt, wenn ich eine Schussabgabe beim Ansitz auf stehendes Wild über den Stecher ausgeführt habe, reputiere ich sofort durch und verwende dann den sogenannten Druckpunkt. Schaut, ich kann hier einmal ein kleines Spiel machen, haben oder ich habe hier ein kleines Spiel. Und dann kann ich eventuell noch von hinten aktiv in das flüchtende Wild reingehen, falls ich nochmal einen zweiten weitgerechten Schuss antragen muss. Jeder weitere Schuss ist übrigens weitgerecht, wenn ich das Tier leider Gottes vielleicht krankgeschossen haben sollte. Wieder sichern, den Schweiß mal kurz aus der Stirn gewischt und jetzt nochmal in die Vollansicht. Da ist er wieder. Leute, ich bin in den Schwitzen gekommen. Verzeiht mir bitte, wenn das gerade spiegelverkehrt war. Ich werde mich demnächst hier wieder auf die Waffe konzentrieren. Selbst mir als Profi, der hier auf die Kamera guckt oder auf den Bildschirm. Hier, hier spielt Musik. Ihr habt die Waffe am Ende des Tages schlussendlich, nachdem ihr nochmal eine Laufkontrolle gemacht habt, den Waffenschrank fertig gemacht. Nun wird der Prüfer euch sagen, stellen Sie die Waffe doch bitte mal so in den Gewehrständer. Bei uns in der Prüfung, am Prüfungsstandort Stadt Osnabrück, möchten die Prüfer, dass ihr Folgendes sagt. Herr Prüfer, normalerweise würde ich eine Waffe immer im geöffneten Zustand in den Gewehrständer stellen. Danke, machen Sie das oder nein, lassen Sie es so, aber ich wollte das hören. Wenn er sagt, danke, machen Sie das, wäre das die zweite Ausgangssituation. Wenn er sagt, danke, das wollte ich hören, aber stellen Sie die Waffe bitte so wieder, also Waffenschrank fertig in den Gewehrständer, dann wäre das die dritte Ausgangssituation. Und deswegen, aus der Logik heraus, werdet ihr zu 99,99% Sicherheit herstellen müssen, aus der sogenannten Gewehrständer- oder sogenannten Waffenschrankssituation machen. Ohne Gewehr, nochmal, wenn ihr die Worse-Case-Situation durchkaspert, wenn ihr schlussendlich auch die Gewehrständer-Situation abarbeiten könnt. Und nochmal, das gehe ich jetzt im Detail nicht durch, das kann sich an dieser Stelle jeder sehr, sehr gerne einmal über unsere digitale Jungjäger-Tasche mit unserem kostenlosen Testzugang zum Online-Nernsystem, zu genau diesem Trainingsprogramm, on Detail ansehen. Genauso die Waffenschrank-Situation und alle weiteren Prüfungsabschnitte, die da kommen. So, bis hierhin. Wir haben es gleich geschafft. Aber es macht mir unwahrscheinlich viel Spaß und Freude, ich hoffe euch auch. Ich weiß nicht, was momentan im Chat abgeht, ich höre den Carsten nur tippeln. Carsten, darf ich dich mal zeigen, wie du da sitzt? Ich mache mal eine kleine Pause und ich zeige euch mal, wie der Carsten da so sitzt. So sieht das aus. Oh, wir müssen einmal umschalten. Da sitzt der Carsten. Übrigens, da hinten ist ein Schild, ein Bild, ein Bilderlamm. Ich habe nachgelesen, wir sind die Geilsten hier. Okay. So, also nochmal die Bitte, Fragen hier reinstellen. Wer sich das on Detail angucken möchte, wie das bei uns didaktisch abläuft im Trainingsprogramm, möge sich einmal die digitale Jungjägertasche ordern. Das ist ein kostenloser Testzugang für alle diejenigen, die sich für eine Jagdscheinausbildung auch nach der Corona-Krise interessieren, gibt es im Teil davor ca. 40 Minuten einen Einblick, wie tatsächlich die Jagdscheinausbildung in den einzelnen Phasen aus der betreuten Vorbereitungsphase dem Online-Lernsystem, unserem Basismodul schlussendlich aussieht, im Praxismodul vor Ort, bis hin zum Prüfungsmodul. Und darüber hinaus, wie gesagt, ein Testzugang auch für all diejenigen, die jetzt schon in der Jagdscheinausbildung waren, respektive immer noch sind und hoffentlich demnächst nach der ganzen Scheiße, so muss ich das mal sagen, schlussendlich dann im Herbst endlich erfolgreich und sicher die Prüfung ablegen zu können. Okay, da könnt ihr euch gerne einmal die kostenlose digitale Jungjägertasche ordern holen. Da sind auch noch andere Sachen drin, Munitionskunde, Schädelpräparate, immer ein kleiner Ausschnitt. So viel dazu. Der Carsten haut das mit Sicherheit gerade schon in den Chat rein. So, jetzt ist mein Spickzettel runtergefallen, ich bin gleich wieder da.